Oh, Willkommen zu Part 8. So. Ich weiß, wo der Ausgang ist. Deswegen geh ich da schnell hin. So, der gar nicht mehr Ausgang, der ist nämlich hier. Deswegen sagt auch hier was. Ich hab's nachgeguckt, ehrlich gesagt. Es hat mich beschäftigt. Und ich hab's einfach so nie gefunden. Man muss nur echt lange warten. Wirklich lange. Sagen wir doch keiner warten. Und da kommt die Plattform. Jetzt bloß nicht sterben bei der Sache. Ja, schon kommen wir nämlich hier weiter. Schaff mal, es kommt ja nicht all zu viel. Nein! Ich hab's mir nicht schon nachgeguckt. Was man da machen muss. Okay. Nochmal. Und wieder muss ich warten. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Das war so nie geplant. Das war gut, was losrollt, wenn man liegt. Kann ich vielleicht irgendwann mal verwenden. Ja. Ja. Jetzt muss ich wieder warten. Ja. Und was macht ihr so? Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Das war der erste. ich stelle mich weit hinter wunderbar und ich hab's geschafft da ist es geheim ausgang ich habe noch nicht die münze 3 gefunden auch verkackt wer schon andere mal holen dein nächsten von den italien 16 wunderbar gut da kann ich jetzt endlich weitermachen ich habe doch schon keine welt mehr hier oder kann es sein die haben wir gemacht hier haben wir gemacht ging es hier oben irgendwie weiter hier ist nur kapitel 6 ich glaube kapitel 1 kann man gar nicht ändern gehst du schon zu kapitel 6 rüber oder gucken ob ich hier verändern kann also untenrum und dann hoch in den wald ok ich bin mal die sichere welt 1 verändern kann ich wisse jetzt ohne wo und was ich komme das noch also ich möchte rein genau so hier er braucht das süßes genau so kann ich schon die welt verändern die frage ist ok ist dahinter eingang ok ich habe sie den gefunden ja wo bringt mich das noch mal hin ich war ja schon mal oder ja oh ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich bin weg ja schon wieder verschillt bevor ich das fbi rufe daraus im bull drauf mein honisch halte die diebe ja damit okay und das kann ich auch direkt nix im welt freischalten wahrscheinlich also die zweite orient oh ja das ist das gute zeug mal probieren ihr solltet meine gute laune aussetzen bevor ich wieder in depression tausinge aufstoß mich bloß dich an ihr könntet sonst etwas verschütten da seht ihr lecker schmeckt richtig gut okay ich mache das eigentlich noch weg wieder zeit ändert sich das automatisch gut zu wissen denn auf jeden haufen münzen schaffe ich schon jetzt viele das mache ich wieder ohne irgendwas hier ist alles zäh ich mag das ding nein verkackt ich bin so hoch okay ich fährst mir durch er wird stehen bleiben aber gibt nur immerhin 20 wedern ich habe angst dazu gesprächen deswegen mache ich es lieber nicht hey da sind wir hier sind schlüssel die jenige sprache nicht man federn du bist noch ein schlüssel andere federn so würde mich nicht hoch aber so ähm wo nun ist das jetzt nur gestaffelt da ziemlich enttäuschend wie ich da hoch kann weiß ich immer auch nicht kann ich irgendwas sehen äh fährst du schon weiter oben nein doch da war was wenn ich es ja durch mache ich könnte versuchen das nicht mal oben anzuschieben es hat nicht funktioniert hier ging es auch nicht weiter hoch ne ja gut da geht es mal hoch da mach ich doch lieber hier durch na ich hab zu früh gedrückt jetzt mach schon ah die erste münze so war das jetzt nicht geplant okay sieht verdächtig aus weil es verdächtig ist ich höre den blauen geist nein ich hab's verkackt komm zurück ach da gab's nichts weiter ach verdammt hätte ich es schaffen können wäre locker möglich aber naja geht's hier rein da geht's nicht rein nimm uns das doch mal mit naja hier wird es mir nichts geben das ist ja ziemlich einfach ich weiß doch nicht warum ich das haben will aber ich stehe uns einfach mal mit ich habe mich gehört doch hier ist eine klocke nein das sollte nicht passieren okay das ding brauchst du gar nicht mitnehmen ich stehe mich einfach hier hin das kaputt machen okay jetzt hier diese dämische spinne okay ich bin schnell genug das ist ein geheim weg oder also brauchst du die frucht hierfür das ist der reguläre weg ich stehe mal nicht an dich zurück kann das ist ja doch nicht der reguläre weg ich komme eh nicht mehr hoch ach ach okay komm her komm her ich glaube ich habe zu dem komputer ähm da kann ich nicht rein oder ich glaube so ein fehler ist kaputt zu machen okay ich brauche den chat pack jung nein okay ich muss ihn entgegenspringen okay ich habe viele fehler bekommen aber nichts weiter nein geh weg er wird hüpfen schneller ist als mit laufen er wäre weinheit zurückgekommen was hast du jetzt mit dem ding der anfang überhaupt irgendwie kriegst du doch gar keine münzen na das war so klar ach nein der Joe runtergekommen aber da gibt es nur münzen ich habe ihn getroffen ich bin jetzt leider dabei gestorben ach da geht es hoch links oh münzen nummer drei ok heißt das ist ich würde die ganzen vierte vertischen wollen aber dann irgendwie auch nicht ich kann nicht so springen ich kann den jackpot noch mal aktivieren oder ach ne da unten schade jetzt muss ich die münze wieder einsam falls ich schon mal sterbe was durchaus passieren kann vor allem wenn es so losgeht weg 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 ok sollte man genug zeit verschaffen äh kann ich die kiste kaputt machen hier oben kann ich und es ist nur eine zehnerfeder so hier ich schaue mir das einfach beifliegt und dann springe ich drüber hier genauso wieder gar nichts wie geht es weiter hoch alles kaputt ich hoffe das ist der normale weg äh nicht normal weg münze nummer vier da fehlt mir nur noch eine uh auch knapp da ist der weg dann sehe ich hier hoch ja eine gelbe feder und hätten wir alles ach die feder muss wieder das ist echt alles nein ich konnte nicht springen das ist schon zu langsam ich gehe einfach weiter denn hier ist ein checkpoint ach so wenn ich zu tief drinstehe das ist ja schon gespringt gut zu wissen äh schwirr hoch ich bin bedingt hoch okay die spinne kommt nicht gut und viel mehr gerettet ja bis auf eine münze alle und 400 federn beinahe hat'sch gelohnt auch gut die 17 so wie kann ich weiter das ist doch nicht hoch das ist doch nicht hoch und dann nochmal hier muss ich hoch ok jetzt bin ich davon gestiegen weg genau dann geht es noch links und hier ist die paywall ok ah meine lieblingskundschaft 15 münzenbilder die letzte paywall ich finde ich alles so riesengroß wo soll ich ich dachte mir alles freischaltet ja das ist noch eine paywall sag ich doch dann wäre es noch wie eine kundschaft was ist das grüße meine herren willkommen in der wüste meine schwester hat sich hier eingeschlossen als pavio gesagt hat sie soll die roche kontrollieren wenn ihr hinein wollt müsst ihr erst einen schlüssel suchen ach so warte mal ah kundikum gefunden sieb ja film eine feder noch eine feder dann ist das der schlüssel oder ja ich habe mich geirrt ehrlich gesagt damit hier ist zuhause dieses naive duo sucht ihr ein sonderangebot kumpels bin leider nicht im dienst aber eure reise war nicht ganz umsonst täte ich nur die super sachen ein die ich mit euren equipment gekauft habe oh da kommt die nächste liebe mit dieser tischgarnitur für draußen kann ich noch mehr reiche gäste bewirten ein moscha für euch tut mir leid wir trinken kein kaffee aber special so viel zu tun mit dem öffnen dieser paywall wie macht sie doch alle auf dann gebe ich euch einen vierten tunikumsplatz ich habe gehört die sind jetzt in das ging gar nicht schlecht ok er gibt mir einen vierten da kann ich nicht schreien schade ok ähm das kann ich nicht aktivieren ich würde ehrlich gesagt die welt machen oh die reste werden nix mal erkunden ehrlich gesagt ok immer erst nach links laufen ich will da hoch ich schaute wenn es da weggelaufen ist so aber jetzt ein neuer ne ich muss ihn erst platt machen ok alles nur für den grünen nein hat gezählt ok ich habe viele Federn nur für mich nein das war jetzt richtig eng ok ich habe einen Schlüssel bekommen äh war von irgendwo nicht hier ich bin jetzt ja vorbeigerast ich hab das vielleicht schon übersehen ne war es nicht ok hm Zufall aber jetzt die Tür da muss ich auch mal Zufall im Glück haben ok hier ist die erste Münze die ich bin ich doch stehen bleib dazu verstehe dann fährt das runter dann schau meine Münze ah ne geht's nicht mehr rechts ne ich dachte schon ok dann mal die erste warte ich kann durchspringen ich dachte kurz ich sterbe da drunten was soll ich damit machen da ist nur ne Glocke hab ich noch so ne Frucht ich hebe die mir mal auf weil ich irgendwas mit dem machen muss ich kann manchmal nicht helfen dazu da die Gegner wegzumachen ne explodierende Frucht ist ja schon besser da kann ich die Kanone damit zerstören ich glaub es zwar näher war ich muss es ja mal probieren so die Frucht ist ja meistens einfach da irgendein Käfisch kaputt zu machen ah jetzt ich kann mich nerven ok hier geht's weiter nehm ich mal an okay schon das normale Frucht den konnte ich nicht besiegen wenn ich frische Erinnerung hab äh äh hier war ein Balance na Schlüssel hoch er ging da links verdammt ich weiß es nicht aber ich glaube nicht der schon von unten kommen können münze 2 ok aber keine minze verpasst bis jetzt ich hoffe das bleibt so du bist ok okay das wird mal ich gehe jetzt zum schließen aber so gesprochen ich glaube dann kann ich verzichten erst mal und ich habe eine fruchtballon okay ihr müsst schnell sein hat nie funktioniert nicht ja okay es also nein Nein! Hm. Verdammt. Okay. Ja, stimmt. Die Wunde, Claudia. Ich hätte einfach springen sollen, aber nein! Ja! Okay, da ran zu kommen ist gar nicht so einfach. Ich schieße einfach einen weg. So wirklich brauchen tue ich den ja nicht. Kann ich auch den hier oben wegschießen. Nein! So wie zu dem Plan. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen früher abspringen soll das klappen. Da sind keine Stacheln! Ach doch, da sind Stacheln. Egal, ich hab die Münze. Und ein Checkpoint. Und hier ist so ein Ding. Ich glaube, ich kann es wegschießen. Ich seh schon, komm hier oben jetzt gegen Käfisch. Ja, verdammt. Diesmal klappt das nicht. Na! Da komm schon hier rüber! Oh! Oh! Ja, war ja klar. War absicht! Kann ich die Brucht wiederholen? Oh! Oh! Das ist einfach für die zweite Welt. Jetzt nach rechts. Jetzt nach links. Und geschafft. Und die Schattenmünze Nummer 4. Kann der mich hochkattopptieren? Ich will die jetzt eigentlich schnell töten. Ah, okay. Irgendwie nicht so wirklich. Schock auf, da oben ist irgendwas. Weg mit dir! Okay, der nervt. Ich spring drüber. Ah, Mann. Ich hänge hier. Jetzt aber. Boom! Und der steht mir nicht noch mal im Weg. Ich stehe mir nur selber im Weg. Hüpfen wir. Und... Ich habe schon letzte Münze noch. Oh, nein. Ähm, ich kann den so nie besiegen. Aber so kann ich den besiegen. Da wird mir nichts. Okay. Was soll ich überhaupt machen? Hö! Ein! Uh! Mh, erstmal den Checkpoint mit. Da oben ist das Ende. Nein, 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 nein. Okay, wie kommst du wieder hoch? Gar nicht. Ich komm gar nicht wieder hoch. Na gut. Na gut. Mh. Ich nehme an, ich kriege den Schlüssel. Hier irgendwo. Zum Beispiel da. Kann ich irgendwo links nehmen? Ich hätte lieber einfach warten sollen. Dass das Ding unten ist. Ich werde noch getroffen, wenn es weitergeht. Oh, runter. Tut mir den gefallen. Okay. Schafft. Okay. Ist wohl letzte Münze. Und ich hatte sie bekommen. Sieht gar nicht gut aus. Egal. Schuss hier zurück. Haha. Geschafft. Man kann unten heranspringen. Ne, die hol ich jetzt nicht, oder? Wir holen ein paar. So. Ja, gut zu essen. Arme der 18. Arme der 18. Ah, alles hier geholt. Ich frisch dich gut. Ah, alles hier geholt. So. So. Hätten wir das geschafft. 18 wunderschöne Bienen. So. Dann. Der Rest beim nächsten Mal. Da geht es nur ein bisschen weiter. Ein bisschen kommt ja noch was. Wie ich das sehe. Ja, bis dahin. Bis dahin.